A.V. 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 Ich weiß nicht, dass hier kein Ladebildschirm richtig ist. Ach. Bei all den Zwangsvollstreckungen kommt nun so einiges unter den Hammer. So. Stimmt das nicht. Ich sollte Leibwächter anstellen. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich brauche nicht mehr, danke. Ich brauche hier ein Absteiger. Zweimal? Da kommt sein Gesicht. Ich muss mit der Köchin sprechen. Das hat wirklich nicht wie Taube geschmeckt. Wie beschämend. Ich werde sicher einen Monat lang niemanden mehr einladen können. Das Mindestgebot liegt fest bei 280 Münzen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dauert nicht lang. Auf, Ihr Kommando. Alle Mann, Angriff. Alle Mann, Angriff. Alle Mann, Angriff. Fliehen, es ist weglob. Auf, zu tun. Das kotzt sein an. Wir laden. sind eine halbe stunde muss ich jetzt nachspielen weil ich gerade keinen plan habe wie ich das mit der auktion mache eine halbe stunde die länger wir hier bleiben desto eher erwischt man uns du glaubst du kannst das schloss schneller knacken dann bitte weißt du was gut so heilung das knochen artefakt hier wer hast du nicht hier runter manche handel gehörte einfach blablabla blablabla gegrüßt ich biete beste dienste und absolute diskretion also dich wollen wir wäre zu entdeckten gleicher schlechter schleichen und weile ich hoffe sie schauen mal wieder vorbei die erste bieten belohnung für alles mögliche am anschlag breit dort rüben so die eu port hier hoch lalalalala kennen wir alles schon das können wir auch schon schließen ja ich will unterschreiben gestolene apfel alles andere noch dach beim outsider sie sind von der bank oder kennen wir schon dank für das geld dank für das geld weil unsere energie läuft ja auch irgendwann aus hat niemand gesehen eigentlich bin ich so untersuchen der wird glaube ich erst getriggert wenn wir da sind ich will es jetzt wirklich mal gucken von oben da ist die montagentur und da eine wache ist will ist wache wache wird daran sie will ist also wir haben 12 wachen diener frei wache und ich weiß nicht was hier in dem haus noch rum geistert aber es schien man könnte von unten irgendwie dahin was ist hier los nichts hier los da ist soldat da ist da ist da ist da ist da ist da ist jetzt dort stehen wenn sie sich umdreht teleportieren wir uns hinter die und schalten die erstmal aus was ach da ist aber warte ist einfach kurz die hier ja das ist die ladbesitzerin ja das ist die ladbesitzerin das ist die ladbesitzerin das ist die ladbesitzerin das ist die ladbesitzerin diese ladbe das ist die ladbe die ladbe das sind die ladbe aber ich weiß Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier geht es bloß zur Tür. Ich zahle gutes Geld, um genau so etwas zu verhindern. So, wir können uns hier hin. Zerstört. Auch zerstört, nee, da ist es. Jetzt ist er explodiert. Auch super. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist unmöglich, heutzutage gute Diener zu finden. Manchmal bin ich kurz davon. Ich könnte gucken, dass ich hier hinkomme. Und dann versuchen runter zu teleportieren. Äh, runter zu laufen. Selbst um alles zu kümmern. Aber mein Rücken ist nicht was mehr schmerzt. Füße oder Nacken. Bring mich noch frühzeitig ins Grab. Wir nehmen kurz den hier. Guten Tag. Willkommen. Setzen Sie sich. Das Mindestgebot liegt fest bei 280 Münzen. Unser letztes Auktionsstück heute kommt aus der Cienfuegos Apotheke. Ganz recht, es ist der gesamte Ladenbestand. Wir haben ja alles von Spritzen bis zur Buntingtour und noch viele andere nützliche Dinge. Und, Ladies und Gentlemen, sehen Sie hier dieses herrliche Gemälde, signiert von Eleuterius Cienfuegos persönlich. Unser seliger Apotheker war ein Mann vieler Talente. So, jetzt sind wir hier. Und gucken, dass wir da hochkommen. Und gucken, dass wir da hochkommen. So, wenn ich... So, wenn ich... So, wenn ich... So, wenn ich... Ziemlich schreckhaft heute. Sie liegen ganz falsch. Sie liegen ganz falsch. Ich hatte das letzte Mal im boring... Die Dieu sagen wircomed continuar. wie es alle ist wirklich einzeln ausnehmen wenn wir den jetzt abschießen als wirklich k.o. machen die das mit zwei rinder hin Bitten Sie Elektro. Die Miner haben wir nicht gerade ausgerüstet und auch Elektromine, Hakenmine, Granate, Vor-Ostkreis, nicht tötige Explosionen, Ringmine. Eigentlich ist es scheißegal, was wir machen. Und was ist hier los? Was ist denn jetzt los? So. Eins. Ach. Was gibt's denn hier noch so? Das ist doch kacke. Das Gemälde kann man glaube ich mitnehmen. Ich bin die große Böse, Billy Lörck. Der einsame Rattenjunge. Man fühlt sich besonders einsam, wenn die Welt einen wie Dreck behandelt. Und dann... Kein Wunder, dass ich schlecht schlafe. Du hast nichts. Oh, Koppelwerkzeug. Hallöchen. Eine Leiche. Hier! Hilfe! Hier! Hilfe! Doch, jemand! Das hier da geplatzt ist, ist halt schade. Aber naja. Passiert. Waren zur Versteigerung. Auktionen beginnen für heute. Mannes Korr Anwesen verstorben. Haushaltswaren, Teller, Juwelen, Kunstgegenstände aus dem Anwesen von Rigor. Markets Korr. Mann Christorr. Gottes Willen. Ich und die Namen. Kiste mit seltenem Wein aus Griscoll. 5. Kiste mit Weinflaschen aus dem Myrans Keller. Auktionserlös wird an das Eddermeyer Institut gespendet. Verkauft. Salico Menagerie. Zwangsvollstreckung. Exotische und außergewöhnliche Fülexianische Insekten und Schädlinge unter Glas aus der Sammlung des Cicalo Museum. Floriman Mode. Zwangsvollstreckung. Anzüge, Stoffe, vollständige Einrichtung der Florianen Familienschneiderei. Verkauft. Medizin, Gemälde und vollständige Einrichtung aus der Apotheke. Ich habe meine Stimme ja selbst bald satt. Hören mir eh nicht zu. Als ob ich gegen eine Wand reden würde. Ostbar Blutsteinurne. Gut. Äh. Hopp. Ich dachte... Du dachtest was? Ich bin ein Geist. Ja.